Also mal Unsinn. Österreich waren die doch teurer, oder? Weiß nicht. Oh, die schmecken sehr gut. Die rauchen manchmal Pfeife. Oh, die MP5 sieht geil aus. Ja, Heckler und Koch. Deutsches Fabrikat. Ja, bewährt sich immer wieder. Die USP ist ja auch ein Heckler und Koch. Und die ist auch geil. Und eine basale Selbstladepistole.